Und genau aus diesen Punkten ist es halt einfach echt OP, diese Auflösung zu verwenden, also die 4 zu 3 Auflösung. Yo, was geht mir Freunde und Freunde? Ich bin es mal wieder, FL Gaming mit einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Ich habe mir einfach überlegt, weil ich zur Zeit nur ein Format auf meinem Kanal laufen habe, und zwar die besten Skin Kombinationen in Fortnite. Und das ist zur Zeit mein einziges Format auf meinem Kanal und deswegen habe ich mir einfach überlegt, ein neues Format aufzumachen. Also ein anderes, das alte wird auf jeden Fall noch beibehalten. Aber auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ein neues Format aufzumachen, was sich Fortnite Pro Tips nennt. Also versteht mich nicht falsch, ich gebe nur Tipps von Pros weiter. Glaubt nicht, dass ich ein Pro-Spieler bin. Ich versuche somit ein Pro-Spieler zu werden, aber ich bin noch lange nicht einer. Also wirklich noch lange nicht. Und ja, deswegen glaubt es nicht, dass ich ein Pro-Spieler bin. Ich gebe nur meine Tipps, also die ich von den Pro-Spielern bekommen habe, an euch weiter. Und ich würde einfach sagen, dass ich heute einfach einen Tipp mache, mit dem ihr besser aimen könnt, mit dem ihr eine bessere FPS erzielen könnt und mit dem ihr besser bauen könnt, ja, zeige. Und das ist auf jeden Fall heftig, das nennt sich einfach die 4 zu 3 Auflösung. Und ich zeige euch heute einfach, wie ihr die bekommt. Ich würde einfach sagen, fangen wir mit dem Video an und let's go. Zuerst einmal dürft ihr Fortnite nicht geöffnet haben. Ist, denke ich, so ziemlich einfach, okay. Und dann öffnet ihr einfach die App-Data und zwar mit Windows. Also ihr drückt erstmal Windows-Taste und R. Dann öffnet sich hier unten so ein Fenster und gibt dann einfach %App-Data und % ein. So gelangt ihr in den App-Data-Ordner. Also ihr müsst dann hier oben nochmal auf App-Data klicken und seid dann hier drinne. Und müsst dann einfach auf Local klicken, auf Fortnite-Game. Also das ist hier unter Epic Games Launcher, ganz einfach. Müsst einfach draufklicken mit Doppelklick auf Saved, Config und Windows-Client. Und ja, dann kommt ihr hier auf diesen Game-User-Settings-Ordner. Müsst dann einfach Rechtsklick machen. Also ihr müsst einfach einen Rechtsklick machen, genau. Müsst dann auf Bearbeiten gehen und dann kommt ihr hier in den Windows-Editor. Also erschreckt euch nicht, es sind ziemlich, ziemlich viele Zeilen. Aber ihr braucht nur vier. Und zwar hier diese Resolution-Size-Zeilen, exakt. Und da müsst ihr einfach eingeben, weil wir eine andere Auflösung haben wollen. Müsst ihr einfach 1440 eingeben. Genauso wie hier unten müsst ihr auch 1440 eingeben. Die 1080 könnt ihr bei behalten, genau, ganz einfach. 1440, genau. So, habe ich bei beiden. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist hier bei Fullscreen-Mode, der ist ein paar Zeilen weiter unten, müsst ihr, also muss eine 0 stehen. Also wenn da jetzt eine 2 oder eine 1 steht, müsst ihr es einfach löschen und auf 0 setzen. Exakt, dann geht ihr hier auf Datei, weil wir wollen es ja gespeichert haben. Müssen auf Speichern klicken und dann ist das Ganze gespeichert. Um das Ganze nochmal verstärkt gespeichert zu haben, also dass man es nicht so einfach ändern kann, müsst ihr auf Rechtsklick gehen und auf Eigenschaften. So, dann geht ihr hier auf die Eigenschaften und müssen auf Schreibtisch geschützt gehen und das Ganze übernehmen und auf OK klicken, damit das alles gesichert ist. Wenn ihr jetzt eine Runde gespielt habt, euch das gar nicht gefällt und ihr einfach wieder, also eine andere Auflösung haben wollt, könnt ihr einfach wieder hier genau in diesen Ordner gehen. Rechtsklick, Eigenschaften und, äh, Eigenschaften könnt ihr dieses Häkchen entfernen und, ähm, könnt es dann wieder zurück bearbeiten. So, aber wir wollen es ja haben, deswegen lassen wir dieses Häkchen da und, äh, schließen jetzt das Ganze, also die ganze Datei mal und brauchen jetzt noch eine Sache. Also wir machen jetzt hier nochmal einen Rechtsklick und gehen auf die NVIDIA Systemsteuerung. So, wartet, dauert einen kleinen Moment und dann kommen wir hier an. Dann gibt es hier eine Anzeige und unter Anzeige, äh, könnt ihr auf Desktop, Größe und Position anpassen, darauf klicken und, ähm, bei mir war es am Anfang hier auf Seitenverhältnis gestellt. Das ist ganz wichtig, dass ihr es auf Vollbild stellt und die, also hier die Skalierung von Anzeige auf GPU. Ist auch ziemlich wichtig und dann übernehmen wir das Ganze erstmal, das dauert jetzt einen kleinen Moment, sag ich mal. Der Bildschirm, der jetzt gut leuchtet, sollte euer Monitor sein, mit dem ihr jetzt Fortnite spielt und, ja, genau. Ich, ähm, schließe es jetzt mal ganz kurz und jetzt können wir auf jeden Fall Fortnite öffnen. Jetzt haben wir alle Einstellungen vorgenommen und ich öffne es jetzt mal ganz kurz. Wartet, ähm, ja, ich melde mich einfach, wenn ich dran bin, ne? So, in Fortnite angekommen, könnt ihr einfach mal sehen, dass das ganze Bild verzehrt bzw. verzogen ist und, ja, genau dahin wollten wir ja eigentlich. Das hat nämlich viele, viele Vorteile, die ich euch jetzt anhand eines Beispiel, ja, Gameplays zeige und dazu würde ich einfach sagen, starte ich einfach jetzt mal dieses Finalgefecht, weil da einfach, ich finde, bei diesen, äh, neuen Modis gibt es halt einfach viel mehr Chaos, viel mehr Action und deswegen starte ich hier jetzt einfach mal und ich würde einfach sagen, viel Spaß und, ja, bis gleich. So, den ersten Vorteil könnt ihr jetzt eigentlich jetzt schon hier in der Wartelobby sehen und zwar sind alle Spieler verdammt, verdammt breiter geworden durch diese Verzerrung und ich finde diesen Unterschied echt enorm. Das hilft einem einfach besser zu ziehen und einfach besser den Gegner zu treffen. Das heißt, man kann sein Aiming da nochmal echt, echt, echt intensiv verbessern und verstärken und das ist schon mal der erste Vorteil, weswegen das auch viele Pros benutzen, weil die halt einfach ihr Aiming da nochmal echt verbessern können und verstärken können. Und auf jeden Fall der zweite Vorteil ist, dass man eine viel bessere FPS hat, also das Spiel einfach nicht so heftig lag und einfach viel genauer und viel besser und viel ruhiger zielen kann und das ist halt auch ein echt krasser Vorteil, auch für die Pro-Player, dass man einfach eine bessere FPS hat. Das wirkt wie so ein kleiner FPS-Booster und das ist echt schon, echt schon nice. Ich kann jetzt schon mal Holz abbauen, denn ich werde euch nachher anhand eines Bauduelles, eines Baufights zeigen, was allein schon diese Auflösung für das Bauen an Vorteilen mit sich bringt. Oh mein Gott, ich hab ihn noch bekommen. Ehrenmann, Ehrenmann-Aktion. Lasst mir jetzt auf jeden Fall mal ein Abo hier auf meinem Kanal da, wenn ihr dieses Format feiert und einfach mehr Tipps sehen möchtet, damit ihr auch langsam zum Pro werdet. Da könnt ihr mir jetzt einfach mal ein Abo da lassen, würde mich extremst freuen. Erstmal sollten wir vielleicht besprechen, was es so für Standard-Bautechniken gibt. Da gibt es erstens die, dass man einfach vier Wände um sich herum baut und immer eine Treppe so. Also das würde dann so ausschauen in etwa. So. Genau, so schaut die erste Methode aus. Und die, finde ich, schluckt ziemlich viel Materialien, ist natürlich auch klar, weil man braucht immer 50 Holz für eine Etage, wegen der Treppe noch. Und das schluckt echt immer ziemlich, ziemlich viel Holz. Seht ihr, das hat jetzt 200 Holz ungefähr gebraucht. Das ist echt schon, echt schon viel. So, aber dann gibt es noch eine zweite. Und zwar immer zwei Wände und eine Treppe. Das würde dann so verbaut. Wow. Ne, wartet, ich zeige es euch jetzt hier nochmal. Hier, so guckt das aus. Und dann baut ihr euch so hoch. So. So. Exakt. Ihr könnt dann noch immer so einen Boden hinbauen. Aber das sind so die Bautaktiken, die ihr echt damit auch üben könnt. Und die halt dann mit dieser Auflösung echt viel einfacher sind. Das finde ich auf jeden Fall cool. So habe ich auch meinen Bauen verbessert. Also meine Bautechnik verbessert. Und alles drum und dran, was so zum Bauen gehört, habe ich auf jeden Fall damit echt krass verbessert. Muss ich persönlich zugeben. Und ich würde auf jeden Fall auch euch eher den Tipp geben, wenn ihr nicht von allen Seiten beschossen werdet. Das kommt auch immer auf die Situation drauf an. Würde ich euch echt empfehlen, diese zwei Wände und diese eine Treppe zu bauen. Weil sonst schluckt es echt, echt viel Material hier hin. Genau so kann man das halt auch üben, weil man nicht so leicht unter diese Treppen backt. Das, was oft passieren kann, habt ihr auch bei mir gesehen, ist, so man baut. Aber die Treppe kommt halt überein. Also backt so überein drüber. Und das könnt ihr auf jeden Fall damit gut verhindern, mit dieser Auflösung. Und es einfach üben, wann ihr genau losbringen solltet, damit ihr genau auf dieser Treppe landet. Man kann halt dann, man muss sich nicht so heftig jetzt auf dieses eine Bauen konzentrieren, sondern kann dann auch verschiedene Bautechniken, verschiedene Angriffsmethoden üben, was sich auch ziemlich, ziemlich rentiert. Was man auch ganz nice üben kann, ist, wenn hier jetzt zum Beispiel der Gegner seinen Turm hat und man ihn pushen möchte. Dann kann man jetzt von unten zum Beispiel hier hochlaufen. So. Möglichst überein auch noch. Also, wenn euch die Chance gegeben wurde, dass ihr über euch auch Treppen bauen könnt, dann tut das auf jeden Fall. Nee, aber so. Dann baut ihr euch hoch. Baut dann hier, also springt kurz hoch und baut dann halt so eine Platte über euch. Oh, wow. Jetzt zeige ich euch was und jetzt werde ich gleich beschossen. Lasst mich doch bitte in Ruhe, Alter. Ihr fuckt ja mal auf anderer Basis ab, so. Nee, dass ihr auf der Platte jetzt auch gut landet. Weil ich zeige euch gleich auch ein Beispiel, was viele halt falsch machen und was auch etwas schwerer mit der normalen Auflösung zu machen ist. Und zwar, sie laufen schon hier hin, so. Aber springen halt drüber hinaus. Und das passiert einem mit der 4 zu 3 Auflösung eher weniger, weil man halt einfach, weil die Platte großer wirkt und einfach größer ist und man einfach viel besser auf der landen kann. Das ist halt auch noch ganz nice. Also man springt nicht drüber hinaus. Und genau aus diesen Punkten ist es halt einfach echt OP, diese Auflösung zu verwenden. Also die 4 zu 3 Auflösung. Ihr könnt halt mit dieser Auflösung besser aimen. Dann könnt ihr viel, viel besser bauen und euer Bauen verbessern auf jeden Fall. Neubaut, Techniken kennenlernen und alles drum und dran. Und ihr habt einfach noch einen kleinen FPS-Booster dabei. Ihr habt einfach echt krass mehr FPS. Das fällt einem auch echt auf. Und genau deswegen allein, ja, wegen diesen Gründen solltet ihr auf jeden Fall mit dieser Auflösung erstmal üben. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wenn ihr mit der anderen Auflösung auch übt und die nicht ganz vernachlässigt, weil das ist dann schon wieder eine Umstellung auf die alte. Wow, mein Internet ist dran abgeschmiert. Props gehen raus an meinen Internetanbieter an. Nicht Quatsch, aber Leute. Ich glaube, ich konnte euch das Bauen ein wenig näher bringen und wie man, was es da für Bautechniken gibt und einfach die 4 zu 3 Auflösung. Ich habe jetzt keinen Gegner getroffen. Aber ich denke, ihr vertraut mir, dass man einfach die Gegner besser treffen kann. Das ist halt echt schon enorm. Also die drei Punkte nochmal zusammengefasst. Man hat eine bessere FPS, also eine FPS-Steigerung. Dann kann man besser bauen und sein Bauen einfach, ja, Improven und halt einfach neue Bautechniken kennenlernen. Alles drum und dran. Das geht viel einfacher mit dieser Auflösung und man kann halt einfach die Gegner besser treffen, weil sie breiter sind und so weiter. Da gibt es noch ganz viele Vorteile, die man auch durch diese Auflösung bekommen kann. Was der Nachteil ist, ist, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss und dass man das nicht auf Pro-Turnieren spielen kann und dass es vielleicht ein bisschen unscharf ist. Aber ja, wie gesagt, da dran gewöhnt man sich auf jeden Fall. Ich denke, man kann das auch in Kauf nehmen, wenn man sich die Vorteile vor Augen hält. Und ich werde einfach mal sagen, lasst mir aber ein Abo da, wenn ihr mehr Folgen von meiner neuen Serie sehen wollt. Und ich werde einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.